Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um Filter und zwar, welcher Filter für welches Foto geeignet ist. Welche Filter gibt es jetzt also und wann macht es Sinn, welchen Filter einzusetzen? Es gibt so vier gängige Filter und die möchte ich euch jetzt mal ein bisschen näher erklären. Als erstes natürlich der UV-Filter ist wohl auch der bekannteste Filter. UV-Filter sind Schraubfilter, die ihr vorne auf euer Objektiv mit dem entsprechenden Filterdurchmesser eures Objektives dann vor euer Objektiv schraubt. Was macht jetzt ein UV-Filter? Sagt schon der Name. Der soll ultraviolettes Licht von eurem Sensor oder früher vom Kleinbildfilm fernhalten. Jetzt ist so ein UV-Filter so ein bisschen so ein Relikt aus analogen Zeiten, sage ich immer so gerne. Denn heute ist es so, dass die Linsen alle schon gegen UV-Licht nochmal beschichtet sind. Das heißt, in der Regel ist es eigentlich nicht erforderlich, sich einen UV-Filter nochmal vor seine Linse zu schrauben. Denn die Linsen sind alle nochmal beschichtet gegen UV-Licht. Und so ein Filter ist heute eigentlich, tja, bestenfalls als Protektor zu verwenden. Dafür ist er allerdings gut und macht auch Sinn, finde ich. Ich habe selber UV-Filter bei mir vorne auf den Linsen drauf, aber nicht um UV-Licht rauszufiltern, sondern wirklich hier als Protektor. Einen Filter, müsst ihr euch mal umschauen, gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Preisklassen. Das fängt manchmal an bei 10 Euro, geht bis über 100 Euro. Da muss halt jeder selber wissen, was er bereit ist zu investieren. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, man sollte vielleicht nicht unbedingt einen Filter für 10 Euro auf eine Linse schrauben, auf ein Objektiv schrauben, was vielleicht 2000 Euro kostet. Das widerspricht sich so ein bisschen. Da solltet ihr vielleicht doch ein bisschen einen Euro mehr ausgeben. Vielleicht 50, 60 Euro für einen guten Filter als Protektor. Denn hier wirklich ein ganz günstiges Glas vorne, eine teure Linse zu schrauben, das macht euer Foto vielleicht nicht unbedingt besser. Vielleicht auch nicht unbedingt schlechter, aber es gibt halt auch wirklich ganz günstiges Glas, wo ihr vielleicht mal eine Reflexion drauf habt. Habt auf eurem Foto, die ihr nicht gehabt hättet, wenn ihr den Protektor runtergelassen hättet. Also den UV-Filter. Und deshalb, UV-Filter, heute braucht man es eigentlich nicht mehr. Die Linsen sind alle hoch vergütet. UV-Licht kommt da ohnehin nicht mehr auf euren Sensor. Das filtern schon die Objektive an sich raus. Aber als Protektor, so ein UV-Filter, allemale gut, sollte man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Auf jeden Fall schützt ihr damit eure Linse gut vor Staub, vor Kratzern oder vielleicht auch vor größeren Beschädigungen. Mir ist mal eine Linse runtergefallen. Ich hatte einen Filter vorne drauf und hatte Glück, denn wirklich nur der Filter war kaputt. Und die Linse hat dann nichts abbekommen. Also UV-Filter, heute nicht mehr unbedingt erforderlich, aber auf jeden Fall als Protektor gut zu nutzen. Dann kommen wir schon zum zweiten Filter. Das ist der Polfilter, der Polarisationsfilter. Und zwar sorgt ihr mit einem Polfilter dafür, dass ihr Reflexionen zum Beispiel aus Wasseroberflächen eliminieren könnt. Das Ganze funktioniert ziemlich easy. So ein Polfilter ist auch immer ein Schraubfilter. Das heißt, einen Polfilter schraubt ihr hier vorne auf euer Objektiv. Müsst ihr also immer gucken, welchen Filterdurchmesser hat euer Objektiv. Dann kauft ihr den Polfilter, so wie alle anderen Filter natürlich auch, in entsprechenden Filterdurchmesser. Und schraubt den hier vorne auf euer Objektiv. Wenn ihr den Polfilter dann dreht und das, wenn ihr hinter der Kamera steht, bitte immer entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Denn ansonsten würdet ihr den Filter einfach wieder runterschrauben hier vorne. Das kann passieren, wenn ihr unachtsam seid. Dann fällt er runter, fällt ins Wasser, fällt in Matsch. Im schlimmsten Fall ist er zerkratzt, beschädigt, ist schade drum. Deswegen, wenn ihr hinter der Kamera steht, immer entgegengesetzt des Uhrzeigersinns diesen Polfilter drehen. Und durch die Drehung erreicht ihr, dass polarisiertes Licht herausgefiltert wird. Das heißt, die Reflektion zum Beispiel vom Wasser verschwindet dann. Zusätzlich hat so ein Polfilter allerdings auch noch die Funktion, dass ihr damit eure Farben und Kontraste verstärken könnt. Das heißt, insbesondere Farben Blau und Grün werden hier wesentlich kräftiger dargestellt. Das merkt ihr immer dann. Könnt ihr mal, wenn ihr einen Filter drauf habt, wenn ihr dreht, dann merkt ihr das. Dann werden zum Beispiel die Reflektionen entfernt vom Wasser und gleichzeitig auch die Farben verstärkt. Das heißt, ihr könnt so einen Polfilter nutzen, um zum Beispiel in der Landschaftsfotografie den Himmel, der blau ist, noch ein bisschen kräftiger blau leuchten zu lassen. Wenn ihr irgendwo im Wald seid, wird es grün, alles ein bisschen kräftiger. Und wenn ihr natürlich am Wasser seid, könnt ihr daraus, wenn ihr es nicht wünscht, entsprechende Reflektionen entfernen. Sieht im Wasser, finde ich, immer cooler aus. Also man kann von einer spiegelnden Wasseroberfläche angefangen, dann plötzlich durch die Oberfläche durchgucken und sieht zum Beispiel Steine, Äste, die sich im Wasser befinden. Dafür nutzt ihr einen Polfilter. Das Ganze schrauben wir dann hier wieder runter. Müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht runterfällt. Ich persönlich nutze ja mittlerweile alles im magnetischen System. Wie gesagt, normalerweise sind das Schraubsysteme. Ich habe ja gewechselt auf das System von Case. Da habt ihr einen magnetischen Grundring. Den schraubt ihr auf euer Objektiv und dann könnt ihr alle anderen Filter, ob Polfilter, ob ND-Filter, einfach magnetisch, ihr seht es hier schon, draufklippen. Hat den Vorteil, dass hier die Gewinde natürlich nicht verkanten können. Gerade bei Temperaturunterschieden ist es mal warm, ist es mal kalt. Kann schon mal sein, dass so ein Filter vielleicht im Gewinde hier ist, wird der raufgeschraubt aufs Gewinde, auch mal verkantet. Und dann kriegt es vielleicht schwer oder vielleicht auch gar nicht wieder runter. Deswegen habe ich aufs magnetische System hier gewechselt von Case. Gefällt mir auch sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe auch noch normale Schraubfilter da. So, dann haben wir den nächsten Filter. Und das ist ein ND-Filter, neutral-dichte Filter. Den habe ich hier auch mal als Schraubfilter. Und dann seht ihr schon, der ist so dunkel, da kann man nicht durchgucken. Das ist jetzt ein ziemlich starker ND-Filter, das ist ein ND-1000, denn ND-Filter sind dafür da, dass ihr das einfallende Licht, was hier das Tageslicht durch eure Linse quasi auf euren Sensor fällt, das könnt ihr reduzieren mit einem ND-Filter. ND-Filter gibt es in verschiedenen Abdunklungsstufen, zum Beispiel ND8, ND64, ND1000. Das sind auch so die drei gängigen Stufen, von denen ich sage, die sollte man auf jeden Fall im Rucksack mithaben. Mit einem ND8 könnt ihr zum Beispiel im Sonnenuntergang eure Belichtungszeit nochmal verlängern. Mit einem ND64 könnt ihr an normalen Tagen, wo es zum Beispiel bewölkt ist, gut eure Belichtungszeit verlängern. Und wenn es jetzt richtig greller Sonnenschein ist, dann braucht ihr auf jeden Fall schon mal einen ND1000, um eure Verschlusszeit zu verlängern. Denn wer schon mal versucht hat, an einem sonnigen Tag zu fotografieren und eine längere Verschlusszeit zu bekommen, um zum Beispiel wasserseitig erscheinen zu lassen, also lange zu belichten, dann wird euch das nicht gelingen. Denn gerade bei Sonnenschein, bei grellem Sonnenschein, da kommst du manchmal nicht mal auf eine hundertstel Sekunde Belichtungszeit, sondern die ist wesentlich schneller. Selbst wenn die Blende ganz schließt und auch ein ISO 100 einstellst, kommst du da nicht weit mit. Da brauchst du dann hier einen entsprechenden ND-Filter. ND-Filter nutze ich immer dann, wenn ich lange belichten will. Zum Beispiel, Sächsische Schweiz, habe ich Wasserfälle fotografiert. Da wollte ich eine lange Belichtungszeit haben. Wasserfall an sich sieht schon cool aus, aber der kommt natürlich erst richtig zur Geltung, wenn du hier eine lange Belichtungszeit nimmst. Hier habe ich zum Beispiel 30 Sekunden belichtet und erst da kommt natürlich das Wasser in diesem Wasserfall, was runterrauscht quasi, erst richtig zur Geltung. Und das Foto sieht erst richtig cool aus. Das Gleiche gilt natürlich auch für fließende Gewässer. Überall wo Wasser fließt, könnt ihr hier gut mit einem ND-Filter arbeiten, um das entsprechend, ja sei dich weich, sieht immer so ein bisschen aus wie Zuckerwatte dann darzustellen. Dafür ein ND-Filter. ND-Filter, wenn ihr lange bei viel Licht belichten wollt. So, und zum Schluss kommen wir noch, natürlich auch in der Landschaftsfotografie, zum Verlaufsfilter. Verlaufsfilter sind quasi auch ND-Filter, aber die sind zu einem anderen Einsatz geeignet. Und zwar, ich zeige euch das mal, ich habe hier zum Beispiel einen soften Verlaufsfilter, dann seht ihr schon, das ist hier so eine Filterplatte und die ist im oberen Teil abgedunkelt, da ist quasi dieser ND-Bereich und im unteren Teil läuft das Ganze aus, bis dann quasi im unteren Drittel hier überhaupt gar keine Beschichtung mehr auf dem Filter drauf ist. Solche Filter könnt ihr nehmen, wenn ihr unterschiedliche Belichtungssituationen habt. Das heißt, ihr habt zum Beispiel einen sehr hellen Himmel, dann fotografiert ihr und dann werdet ihr feststellen, dass ihr ein Problem bei der Belichtung bekommt. Das heißt, entweder könnt ihr den Vordergrund entsprechend ausleuchten, dann wird aber der Himmel ausgebrannt sein, beziehungsweise viel zu hell, oder ihr belichtet den Himmel richtig und dann habt ihr den Vordergrund zu dunkel. Da kann man natürlich eine HDR-Reihe machen, das heißt, ihr macht verschiedene Belichtungsreihen, fügt das Ganze nach einer Software zusammen, aber ich bin eher ein Freund von solchen Verlaufsfiltern, dann kann ich nämlich vor Ort gleich sehen, ist mein Foto richtig belichtet, sind auch alle Details zu sehen und nacharbeiten könnt ihr dann immer noch. Und dafür nutzt man solche Verlaufsfilter. Um einen Verlaufsfilter jetzt an eurer Kamera, am Objektiv nutzen zu können, braucht ihr immer einen entsprechenden Filterhalter. Ich habe hier einen K9, der ist auch von Case, passt also zum System. Filterhalter gibt es aber von verschiedensten Anbietern, so wie es natürlich auch verschiedene Filtersysteme gibt. Da müsst ihr mal gucken, was euren Ansprüchen und auch eurem Geldbeutel gerecht wird. Den Filterhalter, da müsst ihr schauen, da gibt es verschiedene Filterdurchmesser hinten. In der Regel gibt es hier hinten einen Adapter, das heißt, den habe ich hier auch. Ich schraube euch das mal ab. Das heißt, es ist ein Adapter hinten drauf. Dieser Adapter hat den Durchmesser, den Filterdurchmesser meines Objektives und den Adapter schraube ich dann mit dem entsprechenden Filterdurchmesser hier hinten auf mein Objektiv oder besser gesagt, vorne auf mein Objektiv drauf und dann kann ich den Filterhalter nutzen. Das heißt, ihr müsst mal gucken, welchen Durchmesser, welchen Filterdurchmesser hat euer Objektiv und dann schraubt ihr euren Filterhalter hier vorne drauf und dann könnt ihr die Filterplatten hier dran nutzen. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier einen Verlaufsfilter, der ist 100 x 150 mm, also 10 x 15 cm und den schiebt ihr dann hier oben in euren Filterhalter ein. Und jetzt seht ihr auch schon, warum so ein Verlaufsfilter in der Landschaftsfotografie Sinn macht, bzw. so einen Plattenfilter als Verlaufsfilter. Es gibt diese Schraubfilter, die gibt es auch als Verlaufsfilter. Da habt ihr quasi so einen ND-Verlauf, der geht aber genau durch die Mitte des Filters. Das heißt, da habt ihr natürlich nicht die Möglichkeit, einen Horizont anzupassen. Das heißt, wenn ihr sagt, Horizont soll ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer, das funktioniert auf so einem runden Schraubfilter natürlich nicht. Da hat natürlich hier so einen Einschubfilter den Vorteil, dass ihr den entsprechend durch Einschieben oder Herausziehen könnt ihr hier den Bereich ändern, der abgedunkelt werden soll. Das heißt, ihr könnt den Horizont variieren, so wie ihr das haben möchtet. Zusätzlich, vielleicht habt ihr auch mal einen schrägen Horizont, weil ihr zum Beispiel irgendwo in den Bergen seid, kann man diese Filter in der Regel drehen von der horizontalen Ausrichtung. Das heißt, könnt ihr immer euren Bildbedürfnissen anpassen. Oder ihr macht ein tolles Hipster-Bild, wo auch alles schräg ist. Finde ich immer gruselig, gerade am Wasser. So schrägen Horizont ist immer schwierig, habe ich immer Angst, dass das Wasser aus dem Foto rausläuft. Kann man aber damit machen. Jetzt kann man natürlich auch Filter miteinander kombinieren. Das heißt, ihr seid zum Beispiel am Wasser und sagt, ich möchte jetzt einen Verlaufsfilter einsetzen und ich möchte einen Polfilter einsetzen. Dann kann man folgendes machen. In der Regel ist es so, dass ihr, wo haben wir hier einen Polfilter, einen Polfilter habt. Den schraubt ihr dann zuerst bei euch auf die Linse rauf. Und dann müsst ihr in der Regel den Filterhalter nach oben raufschrauben. Das ist ziemlich umständlich. Deswegen bin ich zum Beispiel auch auf das System von Case umgestiegen. Denn da habt ihr eine coole Geschichte. Und zwar kann ich hier meinen Polfilter, den ich habe, einfach magnetisch in meinen Filterhalter einklipsen. Jetzt habe ich hier quasi im Filterhalter meinen Polfilter drin. Wer sich jetzt fragt, ja, wie drehst du jetzt aber deinen Polfilter? Das ist ziemlich einfach gelöst. Hier ist nämlich ein Rad an der Seite. Das funktioniert über kleine Zahnrädchen. Und dann kann ich hier an der Seite quasi den Polfilter so einstellen, dass die Reflektionen raus sind. Zusätzlich kann ich dann hier meinen Verlaufsfilter einstecken und entsprechend zum Beispiel den oberen Teil in meinem Bild, wenn ich zum Beispiel an der Ostsee bin, abdunkeln, um eine vernünftige, gleichmäßige Ausleuchtung, Belichtung meines Fotos zu halten. Und wenn ich dann zusätzlich sage, so, und jetzt möchte ich noch eine Langzeitbelichtung machen, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr ganz einfach, ich suche mir mal einen raus, noch einen ND-Filter vorschraubt. Das kann man natürlich auch bei anderen Systemen so machen. Wo haben wir dann einen? Ich habe so viele Filter schon. Muss man nochmal ein bisschen suchen. Ach, hier haben wir einen. Genau. Bei anderen Filtersystemen ist es so, da müsst ihr jetzt zum Beispiel den ND auch hinterschrauben oder ihr habt eine zweite Verlaufsfilterplatte. In dem Fall eine komplette ND-Platte. Das heißt, die ist durchgehend beschichtet. In dem Fall ist sie sehr dunkel hier, ist ein ND-1000. Und dann kann ich die noch zusätzlich mit davor stecken. Bei meinem Filterhalter hier kann ich zwei Filter aufnehmen. Ich könnte es auch noch ergänzen, aber zwei reichen mir eigentlich immer. Das heißt, ich habe jetzt einen Polfilter, ich habe jetzt einen Verlaufsfilter und einen ND-1000. Das heißt, ich kann lange belichten, habe eine ausgewogene Belichtung durch meinen Verlaufsfilter und ich habe noch einen Polfilter hinten. Das heißt, ich kann die Reflektionen aus dem Wasser rausnehmen und ich kann sogar noch den Himmel, die Farben, wenn er zum Beispiel blau ist, nochmal verstärken. Dafür ist so ein Verlaufsfilter bzw. ein Plattenfilter-Set, so ist es ja hier, am geeignetsten. Einige sagen, ja, das kann man auch mit so einem Schraubfilter machen. Ich finde aber eigentlich, du kannst am optimalsten, gerade in der Landschaftsfotografie, das Ganze einstellen, wenn du solche Verlaufsfilterplatten hast. Denn da kannst du, wie gesagt, das Ganze hoch und runter machen. Du kannst den Horizont hier einstellen und das ist eigentlich optimal für die Landschaftsfotografie. Das waren sie, die vier Filter, die ich euch hier mal vorstellen wollte. Also, UV-Filter, eigentlich ja nur noch als Protektor. Dann den Polfilter, mit dem ihr schöne, kräftige Farben erzeugen könnt und auch Reflektionen eben aus der Wasseroberfläche zum Beispiel rausnehmen könnt. Dann ein D-Filter, den ihr braucht, um bei vier Licht, also an hellen Lichtsituationen, eine lange Belichtung hinzubekommen. Und natürlich Verlaufsfilter, um unterschiedliche Lichtsituationen, zum Beispiel einen hellen Himmel und einen dunklen Vordergrund, entsprechend gleichmäßig zu belichten. Das sind vier Filter, um die werdet ihr eigentlich nicht drumherum kommen, wenn ihr früher oder später mit der Fotografie anfangt oder auch schon ein bisschen länger fotografiert. Auch gerade in der Landschaftsfotografie wirst du früher oder später nicht um solche Filter herumkommen. Filter gibt es in unterschiedlichen Preissegmenten. Da ist für jeden was dabei, welche Qualität man da haben möchte. Die Qualitäten unterscheiden sich natürlich ein bisschen im Preis, aber grundlegend gibt es keine wirklich schlechten Filter heute mehr. Da muss man mal ein bisschen gucken. Schaut euch mal oben im Netz, was es so gibt. Ich, wie gesagt, nutze das System von Case. Das ist allerdings ein bisschen hochpreisiger. Ist auch eher im professionellen Segment anzusiedeln. Aber du kriegst natürlich tolle Fotoergebnisse damit hin. Tja, vielleicht habt ihr ja selber ein oder alle diese Filter. Dann lasst mir dazu doch gerne mal einen Kommentar da. Welchen Filter habt ihr? Von welcher Firma verwendet ihr Filter? Und vor allem, wofür verwendet ihr sie? In welcher Situation? Wasser habt ihr? Seid ihr an der Ostsee? Seid ihr in den Bergen? Oder macht ihr generell Langzeitbelichtung? Was macht ihr mit euren Filtern? Dazu lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.